Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play XCOM Enemy Unknown Multiplayer Musik nicht vergessen und wir suchen mal ein nörderdefiniertes Spiel mit 20.000 Punkten das wird bestimmt lustig jetzt ähm ja wie machen wir das jetzt na das hätte ich doch schon schwer spielen ja ich weiß müssen wir halt den Max lieber raus so da hast du nur noch einen schweren Laser ja Moment Laser Arbeiten Kommandant besser nein immer noch nicht äh ne Schütze Skelettanzug der Nico du brauchst keinen Skelettanzug immer noch nicht ja ok Skelettanzug weg abbrechen nein Skelettanzug weg so bereit rein 120 Sekunden die Runde ist ein nicht Ranglistenspiel ok dann gucken wir mal was daraus wird der Gäste kann der Gäste kann Leben für dich Schutz vor Psy auf den Angriffen bieten ich kriege jetzt eine Antwort von dem Gesprächspartner aus dem letzten Part ist doch schön ja was mache ich jetzt egal ja verschrieben Moment so 120 Sekunden das kann ja lustig werden Max habe ich jetzt nicht mehr dabei habt ihr gesehen ähm ich bin gespannt was mein Gegner für ein Team hat bin ich wirklich sehr gespannt weil man weiß nie was kommen wird wirklich nie man kann es nicht mehr erahnen das ist irgendwie scheiß aber dann guckt das auch so ein kleinen Nervenkitzel aus ich kann gucken ob da hinten was kommt verschaffe mir eine Übersicht ich glaube kaum dass da hinten irgendwas kommt da die höchstwahrscheinlich hier hinten gespawnt sind dann gehen die entweder um das Haus rum oder durch das Haus da würde ich das sehen und da hinten habe ich jetzt Sicherheitsvorkehrungen betrieben also sollte er schon irgendwie passen ach komm mach fertig hab kein bock auf so lange Züge überleg mal schnell Mensch aber diese Leute die so viel Zeit zum Nachdenken brauchen ich hab was gehört gerade die sind drin also muss ich meine Deckung nach da vorne richten dass du wirst keine Deckung da jetzt auf einmal hat er eine andere Fähigkeit ne ne ja ok da hab ich scheiße überhaupt nicht zugeben ähm Entdeckung ja äh ich kann mich doch ob er Zymnist hat das wäre nämlich schon ziemlich nützlich irgendwie dann geht er gleich an Nikos Platz und macht da die Feldpost wenn die Post drin abgeht dann ist das schon geil ich muss mal die Fähigkeiten gleich angucken ich darf doch nicht mit einem Netzplay gehen nein was erlaube ich mir denn da wie schrecklich ja da soll ich mal hinmachen hier Mensch geht doch was hast du für Skills Truppsicht Opportunist ok und echt guter Boden ach dafür ein in diesem nicht wirklich gut aber Opportunist und Truppsicht ist schon geil du siehst einen Soldaten da hinten komm beide schaffst du und den nächsten fünf das ist doch was ist das denn für einer ich möchte ihn kurz analysieren was hat er für eine Laser Sniper und eine Titanenrüstung scheint mir ich glaube ich dass er denn nur den einen da hat muss es doch ein zweiter noch Insektivinanführer oder was nein auch ein Mensch Skelettanzug und Plasmagewehr Lasergewehr ich kann es gerade nicht erkennen der Sniper gibt den jetzt ordentlich oder was nein das war einer oder der Legierungskanone also mein Schwere ist jetzt weg vom Fenster er ist tot ja er ist tot heimlich gekriegt ordentlich Schaden macht er ja ich sehe einen und den tötest du jetzt die Schöne jetzt auch eine Deckung steht das gefällt mir ja richtig ja komm mach ihn doch weg bitte und töt ihn und daneben einmal Fuck Scheiße das kann jetzt unschön werden aber dann würde ich nur sehen Fuck da geht das wirklich aufs ganze das war jetzt das ist jetzt eigentlich eine ich bin nicht sicher aber ich glaube das war eine Legierungskanone okay du gehst eigentlich viel mehr auf die Eier weißt du weil der macht ordentlich Schaden du bist mir sehr nahe du bist so sieben Schaden und ich will gar nicht aushalten mhm 8 dann nehme ich mir doch lieber den hier vor so ja ach der ist noch gar nicht tot Obwohl, nein. Sechs Schaden. Okay. Ich bin gespannt, wie das jetzt ausgeht hier. Sieben Schaden. Geben wir ordentlich, komm. Und weg ist er. Neue Leute treffen und umlegen. Ach ja, so schön. Und der erste Spiel gewonnen, nachdem das erste, das wir überhaupt gemacht haben, verloren wurde. Passt schon. Das wird ja jetzt aber egal. Damit dann, bis zum nächsten Mal, euer Justin. Ciao.